Hallo, ich bin Christian, Werkstattleiter von IPC-Computer und ich möchte euch heute anhand vom Displaytausch zeigen, dass es auch hier zu Kompatibilitätsproblemen kommen kann. So, wir haben hier ein Toshiba Notebook, ein Tegra Z50-A. Da war das Display defekt und da war ein LG-Display eingebaut. Das ist ein Full-HD-IPS-Display, da sind sehr viele Geräte drin. Und da wollte man ein Samsung-Display einbauen, das ist baugleich und in anderen Modellen auch kompatibel zueinander. In dem Gerät funktioniert es aber nicht, was es macht, zeige ich euch jetzt gerade. So. 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 Wie man sieht, hat es Störungen. Was jetzt daran schuld ist, ist schwierig zu sagen. In anderen Geräten kann man das LG-Display durch das Samsung-Display ersetzen. Das ist das erste Gerät, das so etwas macht. Ich habe es auch mit verschiedenen Displays ausprobiert, das ist immer das gleiche Fehlerbild. Da muss irgendwas an der Firma oder sonst was anders sein. Glücklicherweise haben wir aber nicht nur Samsung-Displays von diesem Typ am Lager, sondern auch BOE. Okay. Und mit dem Display funktioniert es. Das will ich auch gerade mal zeigen. Bitte. Wenn das jetzt auch nicht funktioniert hätte, dann hätte man so ein Original-Display bei Toshiba kaufen müssen, was wesentlich teurer gewesen wäre, wie man sieht, funktioniert das Display aber normal, ja, die Ursache kann man nicht eindeutig sagen, vermutlich ist einfach die Firma, die Toshiba hier bei dem Gerät einsetzt. Das Ganze kann auch bei anderen Geräten passieren. Es ist relativ selten, aber es kann auch bei Displaytausch immer wieder zu Problemen kommen. So, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonniere, Bewertung abgebe, Kommentar hinterlasse. Schönen Tag noch. Danke.